Ich heiße Frank Niepel, bin Schriftführer im Ortsmarketing und bin hier auf der Messe als Radio- und Fernsehtechniker und stelle hier die aktuellen Möbel- und Fernsehtrends aus, gefolgt von Unterhaltungselektronik wie Satellitentechnik. Ja, die Messe wird Samstag und Sonntag jeweils um 10.30 Uhr beginnen hier, läuft bis um 18 Uhr. Die Aussteller wie Olaf Möller, Klamann Thomas und so weiter sind auch hier. Es wird genug Parkplätze rund um das Messegelände geben. Da hier viele Aussteller direkt aus der Region sind, bin ich davon völlig überzeugt, dass die Messe ein Bombenerfolg wird für die Region Neukirchenförden.